Die Pandemie und ihre Bekämpfung, das waren auch zentrale Punkte im israelischen Wahlkampf. Ministerpräsident Netanyahu konnte durch das schnelle Impfen eines Großteils der Bevölkerung sicherlich den ein oder anderen Wähler für sich gewinnen. Doch auch wenn seine rechtskonservative Likud-Partei nach der Wahl am Dienstag laut Prognosen knapp vorn liegt, für eine regierungsfähige Mehrheit reicht es wieder nicht. Bei der vierten Parlamentswahl in nur zwei Jahren. Für Benjamin Netanyahus Anhänger gibt es nur einen Gewinner. Doch es ist nicht der eindeutige Sieg, auf den Netanyahu und seine Likud-Partei gehofft hatten. Es zeichnet sich ab. Der umstrittene Premier hat nicht genug Sitze, um eine Regierungskoalition zu bilden. Selbst nicht mit den Verbündeten, Ultraorthodoxen und Rechtsnationalen. Wieder stehen schwierige Koalitionsverhandlungen bevor. Wir brauchen eine stabile Regierung. Was wir nicht brauchen, ist eine Regierung, die wegen persönlicher Abneigungen oder Ambitionen zerrissen ist. Netanyahu schließt offenbar niemanden bei der Koalitionsbildung aus, um an der Macht zu bleiben. Auch ihn nicht, den Chef der neuen arabischen Ra'am-Partei. Mansour Abbas ist die Überraschung des Tages, seit bekannt wurde, dass er es nun offenbar doch ins Parlament geschafft hat. Er könnte zum Zünglein an der Waage werden. Ich schließe niemanden bei Koalitionsverhandlungen aus. Aber wer auch immer uns ausschließt, den werden auch wir ablehnen. Nach der vierten Wahl in zwei Jahren ist das Land gespalten in zwei Blöcke. Pro und kontra Netanyahu. Beide Seiten blicken nun auf die Königsmacher in der Mitte. Die arabische Ra'am-Partei links und die ultrarechte Siedlerpartei Yamina rechts. Auch deren Chef, Naftali Bennett, einst verbündeter Netanyahus, jetzt scharfer Kritiker, hält sich alle Koalitionsoptionen offen. Mit der Kraft, die ihr mir verliehen habt, werde ich ausschließlich nach einem Grundsatz handeln. Für das Wohl Israels. Benjamin Netanyahu ist wegen mutmaßlicher Korruption angeklagt und bestreitet weiter alles. Aber er konnte zuletzt punkten. Das israelische Impfprogramm ist ein großer Erfolg. Für eine sichere weitere Amtszeit und klare politische Verhältnisse hat es trotzdem nicht gereicht. In Jerusalem bin ich mit unserer Israel-Korrespondentin Tanja Krämer verbunden. Welche Regierungsoptionen halten Sie für wahrscheinlich? Zunächst einmal ist das wieder eine Wahl. Viele Israelis, mit denen ich vorher gesprochen habe, die haben genau das befürchtet. Eben eine Wahl, wo es keinen klaren Weg zu einer Koalitionsregierung gibt. Was man nun momentan sagen kann. Und da ist natürlich auch noch vieles offen. Der jetzige Premierminister Benjamin Netanyahu könnte wie immer mit seinen ultraorthodoxen Parteien zusammenkommen, die ihm schon vorher gesagt haben, dass sie das wahrscheinlich tun werden. Aber auch da könnte es natürlich noch Veränderungen geben. Er kann auf eine rechtsextreme Partei, religiöser Zionismus zählen. Das wäre für ihn sehr problematisch, vor allen Dingen auch natürlich im Ausland mit einer solchen Partei in eine Koalition zusammenzugehen. Und wir haben das im Beitrag gehört, die konservative Rahmenpartei könnte jetzt etwas, das zu lang an der Waage sein. Aber da ist nicht ganz klar, ob sie mit einer Netanyahu geführten Koalition zusammengehen wollen, beziehungsweise ob die rechten Parteien mit dieser Partei zusammengehen wollen. Und natürlich noch die Partei Yamina von Naftali Bennett. Das ist sehr kompliziert und genauso kompliziert werden die Verhandlungen sein. Aber auch auf der anderen Seite, auf der sogenannten Anti-Netanyahu-Koalition, die angeführt wird von Jesch Atid und Yair Lapid. Auch da hat man es mit mehreren Parteien zu tun. Aus dem rechten Lager, aus der Mitte, aus dem linken Lager, die wenig ideologisch zusammenhängen. Und insofern wird es sehr, sehr schwierig werden. Wenn das alles so schwierig ist, das sind die vierten Wahlen in zwei Jahren, warum tritt Netanyahu dann nicht einfach zurück und macht den Weg frei innerhalb für seiner Partei, dass da jemand Neues an ihm macht kann? Weil er dafür eigentlich keinen Grund hat. Der Likud ist immer noch die stärkste Partei, auch wieder bei diesen Wahlen, auch wenn sie etwas verloren hat im Gegensatz zur letzten Wahl. Seine Partei will es auch nicht, dass er, beziehungsweise will es noch nicht, dass er zurücktritt. Und er ist immer noch ein sehr beliebter Ministerpräsident. Seine Anhänger, seine Wähler wollen, dass er bleibt. Und es gibt auch oft Umfragen, auch gerade wieder in den letzten Wochen. Da wird dann gefragt, wer ist der beste Kandidat, um das Land zu führen? Wer kann am besten Israel als Ministerpräsident vertreten? Und wer kommt immer ganz am Anfang, das ist Benjamin Netanyahu und alle anderen Kandidaten fallen dagegen ziemlich ab. Aber natürlich, es gibt auch die andere Hälfte, und das zeigt sich eben bei diesen Wahlen, die Netanyahu nicht mehr an der Spitze sehen wollen. Und das ist ziemlich gesplittet, wenn man das mal vereinfacht darstellen soll. Und seine Kritiker sagen natürlich auch im Hinblick auf seinen Prozess, der jetzt im April dann auch weitergeht, dass er eben diese politischen Manöver nutzt, um seine Immunität so lange wie möglich zu erhalten. Vielen Dank. Nach Jerusalem an Tanja Krämer. Vielen Dank.